Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu meiner Lesung, die Sie heute ins zauberhafte alte Land entführen soll. Ich erzähle die Geschichte von Leonie Rolfs, die gerade ihren 42. Geburtstag gefeiert hat und soweit sehr, sehr glücklich ist mit ihrem Leben und eigentlich keine weiteren Wünsche hat. Und dass das Leben doch immer wieder mal anders läuft als geplant, kennen wir ja alle bestens und genau so ergeht es Leonie. Obwohl wir bis zwei Uhr morgens gefeiert hatten, erwachte ich am Sonntag wie jeden Tag um sieben. Das war ein wundervoller Geburtstag gewesen, an den ich mich noch lange voller Freude erinnern würde. Durch den Spalt des gekippten Fensters drang das zwitschern der Vögel herein, die im Garten ihre Nester gebaut hatten. Verzückt lauschte ich der Melodie dieses frühen Sonntagmorgens und döste ein bisschen weiter. Doch schon zehn Minuten später fiel mir wieder ein, dass meine Küche nach der Party leider einem Schlachtfeld glich, da ich gestern Nacht viel zu müde gewesen war, um noch alles aufzuräumen, sonst an sich gar nicht meine Art. Allein der Gedanke an das Chaos genügte, um mich aus dem Bett zu treiben, auch wenn ich noch viel lieber ausgeschlafen hätte. Gähnt und ein wenig nachdenklich schlüpfte ich in meine weinroten Pantoffeln und tappte in die Küche. Gerade als ich überlegte, ob ich zuerst die Weingläser spülen oder den Tisch feucht abwischen sollte, klingelte das Telefon. Zehn vor acht an einem Sonntag. Wer konnte das sein? Nachdem ich mich mit Namen gemeldet hatte, wusste ich, wer ebenfalls so früh auf dem Bein war. Meine Mutter. Bist du aus dem Bett gefallen? fragte ich. Äh, sozusagen, antwortete sie und klang abgehetzt. Hast du einen Moment Zeit oder störe ich? Nein, nein, ich wollte gerade aufräumen, aber das kann auch noch warten, sagte ich und setzte mich mit dem dampfenden Kaffee an den Tisch mit Blick auf die Terrasse und den Garten. Draußen blühten hellblaue Wicken, rosa Ranunkeln und tränen des Herz. Also, was ist los? Hast du Ärger mit Papa? Ich finde, ihr beide wart gestern ein bisschen merkwürdig drauf, sagte ich und trank einen Schluck Kaffee. Ja, so ähnlich, erwiderte meine Mutter Waage. Oh nein, ich wusste es. War womöglich einer von ihnen beiden krank und wollte mir gestern nicht den Geburtstag verderben? Keine Sorge, Leonie. Bei uns ist soweit alles in Ordnung, falls du jetzt einen Schreck bekommen haben solltest. Zumindest größtenteils. Es ist nur so, dass dein Vater und ich, also viel mehr ich, ab jetzt für eine Weile getrennte Wege gehen werden. Es dauerte einen Moment, bis die Worte akustisch bei mir angekommen waren. Ich verstand zwar den Wortlaut, aber nicht die Bedeutung. Ich plane eine Reise und ich weiß noch nicht genau, wann ich wieder zurückkomme. Könnte sein, dass ich längere Zeit weg sein werde. Mit einem Schlag ging es in meinem Kopf zu, wie in einem überfüllten Bahnhof. Von irgendwoher hörte ich eine Alarmsirene schrillen und Menschen redeten lautes wirres Zeug in einer Sprache, die ich nicht beherrschte. Leonie, Leonie Spätzchen, bist du noch da? Spätzchen hatte meine Mutter mich zuletzt genannt, als ich zehn war. Ja, doch, ich bin noch da, stammelte ich verwirrt und umklammerte mit der einen Hand den Kaffeebecher. Mit der anderen hielt ich das Telefon, um dass meine Finger sich bereits verkrampften. Das durfte doch alles nicht wahr sein. So, jetzt mal bitte der Reihe nach, Mama, versuchte ich mich selbst zu beruhigen und ein wenig Ordnung in dieses Chaos zu bringen. Mach keine so kryptischen Andeutungen, sondern erzähl mir einfach, was los ist. Ich werde hier sonst gleich irre. Ich hörte meine Mutter tief einatmen. Also gut, wie du vielleicht weißt, gehen mir das Leben im alten Land, der Obsthof und die ganze Arbeit mit der Vermietung und dem Hofladen ein wenig auf die Nerven. Genau wie dein Vater. Nein, das wusste ich nicht, unterbrach ich meine Mutter, weil ich wirklich zum ersten Mal davon hörte. Ich dachte immer, du liebst dieses Leben und Papa. Ja, das tue ich im Grunde genommen auch, aber zurzeit habe ich das Gefühl, in einem Hamsterrad gefangen zu sein und deshalb will ich für eine Weile hier raus. Genau wie du vor sechs Jahren. Ja, und wo willst du hin? Auch nach Hamburg? Und für wie lange? Hakte ich nach, während meine Gedanken sich überschlugen. Nein, ich plane eine größere Tour. Ich will schließlich was erleben. Daher denke ich an eine Kunstreise quer durch Europa. Ja, und was sagt Papa dazu? Fragte ich atemlos. Wer würde währenddessen die Kunden im Hofladen bedienen? Wer kümmerte sich um die Vermietung der Zimmer und die Versorgung der Feriengäste? Papa hatte, was das anging, zwei linke Hände und konnte sich noch nicht einmal selbst ein Spiegelei braten. Nur auf dem Obsthof war er der erfahrene, kompetente Geschäftsmann, der dafür sorgte, dass es ihm und meiner Mutter an nichts fehlte. Er ist natürlich alles andere als begeistert, wie du dir sicher vorstellen kannst, murmelte meine Mutter und wirkte mit einem Mal bedrückt. Hatte ihre Stimme bei der Aufzählung der Reiseziele noch frisch und jugendlich geklungen, hörte sie sich jetzt an wie eine Frau, die Ende des Jahres 63 wurde. Aber weißt du was? Mir ist das ehrlich gesagt gerade egal. Ich habe mich mein Leben lang überwiegend nach seinen Wünschen und seinen Bedürfnissen gerichtet, habe meinen Plan aufgegeben, nach dem Studium Kunst zu unterrichten, um eine Familie zu gründen und mit Jürgen die Obstplantagen zu bewirtschaften und auch alles andere aufzubauen, was heute zu unserem Hof gehört. Jetzt bin ich mal dran. Das stimmte natürlich. Ich erinnerte mich an unzählige Male, an denen meine Mutter mich in Hamburg besuchen wollte, um mit mir zur Ausstellung ins Museum oder ins Theater zu gehen. Doch bis auf wenige Ausnahmen war immer etwas dazwischen gekommen. Ja, jetzt wo du es sagst, kann ich dich natürlich verstehen, antwortete ich. Und du hast alles Recht der Welt, dir eine Auszeit zu gönnen. Das wird auch Papa sicher ähnlich sehen, sagte ich, überlegte aber, wie das alles funktionieren sollte. Im Grunde mussten meine Eltern jemanden einstellen, der meine Mutter ersetzte. Ja, ich habe gerade eine Annonce geschaltet, um eine Kraft zu suchen, die mich im Laden vertritt und um die Gäste kümmert. Sobald ich jemanden gefunden habe und alles geregelt ist, fahre ich los, fuhr Mama fort. Ich versuchte mir das Gesicht meines Vaters vorzustellen, wenn in seinem Haus eine wildfremde Person herumwirbelte, um Frühstück für die Gäste zu machen und Kuchen für den Verkauf im Hofladen zu backen. Schon immer hatte Papa eine Putzhilfe kategorisch abgelehnt. Was würde er also dazu sagen? Dein Vater bezeichnet das natürlich alles als totalen Unfug, wie du dir denken kannst, fuhr meine Mutter fort und ich wünschte mir mit einem Mal, wir würden dieses Gespräch nicht am Telefon führen. Schließlich betraf ihre Entscheidung ein Stück weit die ganze Familie. Doch anscheinend war es ihrem Bedürfnis, mit mir alleine zu sprechen. Naja, auf jeden Fall drücke ich dir die Daumen, dass du schnell jemanden findest, der dich halbwegs ersetzen kann und den Papa auch akzeptiert. Ich finde es gut, dass du endlich mal etwas für dich machst. Wenn ich dich irgendwie unterstützen kann, sag es mir. Das ist ganz lieb, Spätzchen, flüsterte meine Mutter. Danke. Dann hörte ich im Hintergrund die Stimmen meines Vaters, der wieder irgendetwas suchte und natürlich als erstes meine Mutter fragte, wo es sein konnte. Du Leonie, ich muss jetzt leider auflegen. Jürgen braucht mich. Wir telefonieren ein andermal, ja? sagte meine Mutter. Und danke für den gestrigen Abend. Es ist so schön, dass du dich in Hamburg so wohlfühlst und so nette Freunde hast. Also mach dir noch einen schönen Sonntag. Bis bald. Danach klackte es in der Leitung. Meine Mutter hatte aufgelebt. Ich saß eine ganze Weile da und schaute hinaus, ohne wirklich mitzubekommen, was dort vor sich ging. All meine Gedanken und Gefühle galten meiner alten Heimat, die plötzlich so lebendig vor meinen inneren Augen stand, als hätte ich sie nie verlassen. Das alte Land, das durch die drei Nebenflüsse der Elbe in drei sogenannte Meilen gegliedert wurde. Ein weites, fruchtbares Marschgebiet, durchzogen von Kanälen und Deichen, dazwischen kleine schnucklige Dörfer mit windschiefen Fachwerkhäusern. Über den weitläufigen Obstplantagen spannte sich ein tiefblauer Himmel, wie man ihn sonst nur am Meer findet. Hinter den Deichen glitzerte das Wasser der Elbe, auf der weiße Segelboote dahin glitten wie Spielzeugschiffe. Ich dachte an heiße Sommer, in denen ich im Schatten der Apfel- und Kirschbäume mit meinen Puppen gepicknickt hatte, in denen Papa mich mit dem Gartenschlauch nass gespritzt und sich mit mir Federballduelle geliefert hatte. Mir lief das Wasser im Munde zusammen, als ich mich an all die Köstlichkeiten erinnerte, die meine Mutter für uns gekocht und gebacken hatte. Pfannkuchen mit Apfelschnitzen, Grießbrei mit Pflaumenkompott, Kirschkuchen und Holunderküchle. Es gab selbstgemachten Johannisbeerwein und knackfrischen Salat aus dem Nutzgarten neben dem Haus. Meine Freundin und ich naschten heimlich von den Erdbeeren oder schnappten uns im Vorbeigehen eine der kleinen aromatischen Strauchtomaten, die ich heute noch so sehr liebte. Ich erinnerte mich an Bootsfahrten mit meinem Vater auf der Lühe, wo am Deich das Haus meiner Eltern lag. Ein Ort zum Träumen, ein Ort zum Glücklichsein. Und natürlich hatte auch meine Mutter jegliches Recht darauf, glücklich zu sein und ich würde alles dafür tun, um sie dabei zu unterstützen. Ein wenig angespannt von diesem schwierigen Gespräch stand ich schließlich auf. Ich würde jetzt die Küche putzen und mich danach wieder ins Bett legen und schlafen. Irgendetwas sagte mir nämlich, dass ich in der nächsten Zeit all meine Kräfte brauchen würde. Ja und so ist es auch, denn es warten diverse Abenteuer auf Leonie im Alten Land. Ihr Leben wird kurz nach diesem Telefonat wirklich nicht mehr das sein, was es vorher mal war. Es gerät alles aus den Fugen. Und wenn Sie wissen möchten, wie das weitergeht mit Leonie, dann empfehle ich Ihnen das Buch Apfelblütenzauber und danke fürs Zuschauen.